Marktführer Canon will in der Mittelklasse Akzente setzen mit der neuen EOS 800D und wir testen mal, ob das dem Marktführer auch gelingt. Typisch Spiegelreflex. Die Canon EOS 800D fällt spürbar größer als die meisten Kompaktkameras aus. Ein Vorteil des großen Gehäuses, alle Knöpfe und Tasten lassen sich leicht erreichen und der große Griff sorgt für einen guten Halt der Kamera. Mit rund 745 Gramm ist die Canon kein Fliegengewicht, aber leicht genug, um den ganzen Tag an der Schulter zu baumeln. Der neue Sensor hat wie beim Vorgänger 24 Megapixel, hat von Canon aber die hauseigene Dual-Pixel-Technik spendiert bekommen. Hier besteht ein Teil der Bildpunkte aus zwei Fotozeilen, die der Autofokus getrennt auswertet. Das sorgt für einen deutlich schnelleren Autofokus im Live-View. Ein Vorteil beim Fotografieren über das eingebaute Klappdisplay und beim Filmen. Videos nimmt die EOS 800D in Full HD mit 1920x1080 Pixeln und mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf. Videos in 4K bietet sie jedoch leider nicht. Das Autofokus-Messmodul zum Fotografieren übernimmt die EOS 800D vom größeren Schwestermodell EOS 80D. Vorteil, statt bisher 19 stehen jetzt 45 Messfelder zur Verfügung. Der Autofokus arbeitete im Test sehr zügig und brauchte für Scharfstellen und Auslösen nur 0,18 Sekunden. Die Aufnahmen der EOS 800D überzeugten im Test. Scharf, detailreich und ohne störendes Bildrauschen. Nur bei schlechten Lichtverhältnissen schwächelte die 800D etwas. Bei höheren ISO-Werten lässt die Bildschärfe nach, die Fotos sehen etwas flächig aus. Das Menü haben die Entwickler gegenüber den Vorgängermodellen komplett überarbeitet. Im Werkzustand ist eine einfache Version eingeschaltet, die weniger Einstellmöglichkeiten im Menü anbietet, diese dafür aber immer erklärt. So wissen auch Anfänger sofort, wie sich die geänderte Einstellung auswirkt. Die Überarbeitung mit dem verbesserten Autofokus und der einfachen Bedienung ist Canon auf jeden Fall gelungen. Was fehlt ist der 4K-Modus, aber auf der anderen Seite, der ist eigentlich nur den teuren Profimodellen vorbehalten. Wir haben die neue Canon 800D mit gut bewertet. Anfänger Anfänger Anfänger